Sonst gehen uns die noch kaputt. Das wäre schön blöd. So machen wir erst mal voll. Zack. Das ist doch doof. Jetzt komme ich gar nicht mehr hoch. Um da rein zu gucken. Wollen wir mit einer Leiter dran klatschen? Haben wir denn keine Stickies? Sticky, Sticky, Sticky. Wie geht nochmal eine Leiter? So. Ja. Zack. Okay. So. Hä? Wieso konnte ich den da hinten nicht auffüllen? Kann ich hier noch einen reinlegen? Nö. Wieso erkennt er den denn nicht an? Oder ist dann... Hä? Ne, da wäre doch eigentlich noch Platz gewesen. Außerdem... Hm. Ist auch wurscht. Los, gib mir Glas. Gib mir Gas. Gib mir Glas. Davon können wir auch noch einen daneben stellen, ne? Das mache ich auch jetzt. Da kann man nämlich schneller gießen. Also da noch einen ran. Danke. Ähm. Kriegen wir gerade mal noch so ein Ding da hingekraftet. Äh. Da. Jo. Das ist einfach. Das kriegen wir gerade hin. Zack, 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 zack. Her damit. Zack, zack, zack. Hallo? Warum geht das nicht? Haha. Ich bin noch ein Witzbull. Da muss ja auch... Naja. Da muss ja auch einen Auslass hin. Der da. Ja. Entschuldigung. Davon brauche ich sogar noch zwei. Das ist halt, wenn man länger... Eine längere Pause macht beim Aufnehmen. Vergisst man halt die Hälfte. So. Dann musst du erst mal wieder ab. Zack. Verliere ich jetzt die Flüssigkeit, wenn ich das abbaue? Und dann... Probieren wir es mal. Oh. Was ist das denn? Blut. Blut. Da ist Blut drin, ne? Was kann man denn damit machen? Da verliere ich aber... Verliere ich dein Leben? Aua. Ja, ich verliere Leben. Wie viel Blut habe ich jetzt gespendet? Zehn. Also immer fünf Millibucket. Das ist ja lustig. Da kann man ja bestimmt auch Zombies grillen, ne? Da hat man ganz viel Zombie-Blut. Hallo. Ich kann das ja immer noch nicht. Oder ist er jetzt leer? Achso. Tatsächlich. Jetzt habe ich da aber Blut drin. Ich will das nicht da drin haben. Los. Raus damit. Kann ich nicht mal rausgießen? Hm. Dann bleibt es halt drin. So eine. Okay. Also. Hier muss noch mal so ein... So ein Drain. So ein Drain muss noch mal da hin. Dann haben wir denn jetzt... Wie viel Glas haben wir denn jetzt? Sieben. Sieben ist... Reichlich wenig. Oh, das sind auch noch verschiedene. Oh, was brauche ich denn? War das jetzt Clearglas? Oder ist es egal? Mal. Probieren wir mal. 1, 2, 3, 4. Also das geht auf jeden Fall. Also einen haben wir fertig. Wir brauchen aber jetzt eigentlich sofort noch einen. Zwei sogar. Der kommt da hin. Ah, das ist aber doof, wenn ich das so mache. Weil da, wo ich diesen Auslass hinbaue, da kann ich ja keinen Block setzen. Und dann ist die Smeltery hier oben nicht geschlossen. Da muss ich mir was anderes überlegen. Das muss dann da auch weg. So. Das müssen wir irgendwie anders machen. Also mal zumachen. Machen wir mal das Glas da hinten hin. Und holen... Noch ein bisschen Sand rein. Und holen uns dann nochmal... Geht das jetzt höher? Ja, ganz voll. Schön. Jetzt holen wir uns mal schnell noch die Bricks, die übrigen. Und schauen mal, ob wir da noch normales Glas haben in der Kiste. Das könnte ja sein, dass wir irgendwo noch normales Glas rumeiern haben. Äh, da vielleicht. Nein, da vielleicht. Dann wird es wohl so sein, dass wir keins haben. Ne. Okay. Okay. Aber das macht ja nix. Kalamari. Das macht ja nix. So. Her damit. Und her damit. Oh, das sieht immer so wenig aus. Obwohl wir gar nicht so wenig gesammelt haben. Hätte ich jetzt aber gedacht, dass wir nicht wenig gesammelt haben. Äh, Salz habe ich hier gesteckt, ne. Jetzt nochmal Salz, Salz, Salz. Zwei verschiedene Salze. Verschiedene Salze. Ist noch nicht Nacht? Doch, ist doch Nacht. Lasst mich schlafen. Jude Nacht, Jude Nacht. Fröhlich wieder aufgewacht. So. Zack. Auf geht's. Jetzt müssten wir, müssten wir 15 Blöcke schreiben. Hallo. Achso. Das Blut ist unten. Das muss ich umsortieren nach oben. Dann kann ich dementsprechend das hier rausgießen. Schön. Das gefällt mir. Achso. Hat sich der Sand eigentlich verdoppelt? Ne, ne. Eins, zwei. Also hier mal drei, sechs, neun, zwölf, dreizehn, vier, fünfzehn. Ne. Da kriegt man wahrscheinlich eins zu eins. Also ein Sand, ein Block Glas. Das vervielfältigt sich nicht. Schätze ich mal. So wie bei Erze. Die sich ja verdoppeln. Aber das macht nix. Ich brauche ja nur das Glas. Danke, danke. Zack, zack. Und ich glaube ich werde das Glas da seitlich dran bauen. Mhm. Ich glaube das baue ich seitlich dran. Also diesen Zusatztank nenne ich es mal. Werde ich glaube ich seitlich dran bauen. So wie viel haben wir denn noch? Zwei. Haben wir noch. Sieben. 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 Okay. Eins, zwei. Nochmal zwei. So können wir denn schon welche herstellen. Zehn Stück. Sehr gut. Das heißt wir können es noch zwei machen. Und werden dann erstmal. Versorgt. So. Okay. Jetzt müssen wir nur überlegen. Gießen wir das mal nebenbei aus. Wo wir den Tank jetzt hinsetzen. Beziehungsweise das Glas. Also wenn wir das jetzt da hin machen würden. Dann müssten wir da drüber so einen Auslass haben. So ne. Oh. Nicht runterfallen. Bis wir da drüber so einen Auslass haben. Und hier. Habe ich denn noch irgendwas. Ne. So habe ich alles unten in die Kiste geschmissen. Ja. Dann muss ich mir das gleich mal holen. Dass ich hier weiter komme. Hier würde ich dann nämlich das gleiche versuchen. Bauen wir das da hin. Genau. Und dann brauchen wir nochmal. Zweimal den Drain. Aber die haben wir ja hier. Wie viel haben wir da noch? Irgendwie noch ein Glas oder so. Ne. Noch zwei sogar. Ja. Noch zwei. So. Währenddessen räumen wir da unten die Kiste aus. Zack. Zack. Ähm. Genau. Die Casting Channel, zack. Die brauche ich wahrscheinlich. Und… Faucett brauche ich. Und hier sind noch. Drei Bricks. Die nehme ich auch mal mit. Das ist Carpenter, dann lassen wir mal noch die Finger von. Okay. Den Rest gucken wir mal, wenn es soweit ist. Zack. Ich will das Blut da raus haben. Kann ich das denn hier? Also hier kann ich es rausgießen So und jetzt habe ich da Blut oder was? Weg damit So eine blutige Angelegenheit Zack Okay Ich habe keine Ahnung ob das funktioniert was ich hier vorhabe, aber wir werden es ja gleich sehen Also Boah, ne wir bauen es noch einen weiter nach hinten Den hier weg Den da hin Dann muss der auch einen weiter nach hinten Plöpp Hallo Da ist er Den da hin Dann so ein Einlass Casting Channel Da dran Genau, das ist jetzt so eine Wanne die praktisch da rein geht Dann ein Facet da dran Dann sollte das da rausfließen Da rein und wieder In die Smeltery laufen So Ist der Plan Ob das funktioniert, werden wir ja gleich feststellen Also hier das gleiche Das Ding da hin Das Ding da hin Und ein Facet haben wir nicht mehr Wir können aber das schon noch versetzen Das kommt nämlich nach da Facet brauchen wir noch drei Noch drei, war das so? Ja Drei Zack So Also Einer kommt Ach da oben müssen wir noch Noch ein Drain hinbauen Haben wir noch gar nicht Also dann kommt schon mal einer hier dran Da dran Genau Jetzt müssen wir Drains Wir brauchen Drains Eins, zwei, drei Ich baue erstmal nochmal drei Wie machen die nochmal so? Ich glaube das sind Drains Ne? Weil ich möchte hier auch noch einen Tisch hinstellen Also Nicht jetzt Vielleicht auch doch jetzt Aber So Also nochmal so ein Casting Table Und den Versuche ich jetzt auch mal herzustellen Wo ist er? Wo ist er? Wo ist er? Da Okay Huch Wir haben ihn in der Leiter geworfen Freunde So geht das aber nicht Okay Dann haben wir hier schon mal zwei So Haben wir da zwei Casting Tables Und hier haben wir zwei Basans Ey Der ist nicht voll Geht da Sand verloren? Das ist doch doof Wie kriege ich den jetzt da raus? Dann muss ich das immer Abbauen Und wieder aufbauen Ist das im Sinne des Erfinders? Weil ich kriege ja keinen fertigen Klotz Kriege ich ja so da nicht raus Diese 800 oder Ja gut die können vielleicht mit einem Eimer schöpfen Oder so Aber Ist auch die Frage ob das geht Meine Lava ist hier fast alle Ich werde aber noch mehr gebrauchen Machen wir nochmal Irgendwie So Okay Bricks Wir brauchen wahrscheinlich noch Bricks Und wir brauchen noch Glas Wir können uns einen noch machen Ich versuche mal echt hier in anderen hin zu machen So Normales Glas Ob das denn Ob das denn günge Tatsächlich Wir brauchen gar kein gutes Glas Ganz stinknormales Glas Kein Clear Clear Glas Aber ist auch egal Die Herstellungskosten Und der Aufwand Ist ja im Prinzip der gleiche Äh Ja Also Hauen wir uns hier noch So 13 Achso Hier muss ich hoch Zack Machen wir das mal als erstes Boah da muss ich aber aufpassen Dass ich nicht in die Smeltery falle Weil 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 Da komme ich nicht mehr raus Der zapft mir mein ganzes Blut ab So Die Leiter hat mal wieder aufgesammelt Jawohl Zack Okay Ähm Ach den Lava Tank kann man auch größer machen Ja aber nicht Nicht jetzt Nicht jetzt Zack 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 Wir brauchen Jetzt habe ich wieder einen Fehler gemacht Ah Ah Hier muss doch Ein Ein Ding anziehen Ein Drain So Nein Nicht hoch Nicht hochkant Muss ich den dann seitlich andocken Jawohl Ein Drain Zack 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 Vorsichtig laufen Vorsichtig laufen Hier muss auch ein Drain hin Zack So Und dann jeweils ein Facet Zack Da auch bitte Ah Die Lava ist alle Schmilzt gar nicht richtig Muss gleich Lava holen Ne Ich muss jetzt Lava holen Und dann glaube ich nochmal Und dann baue ich ihn oben zu Ne Dann könnte ich hier ja Ja Könnte ich hier trotzdem noch hoch Ja Aua Runter kommt man immer Ne Lava Wir brauchen Lava Habe ich einen Eimer Eimer habe ich wahrscheinlich Weggelegt Ne In meinem Leichtsinn Eimer So So Ein Fästchen Lava Eine Lava Quelle Müssen wir uns auch noch irgendwie Herschaffen Ne Oder eine Pumpe Oder irgendwie irgendwas Wo wir Lava herkriegen Wir können ja nicht immer hier Oder wir müssen uns irgendwelche Zellen Oder Flaschen oder so Mit Lava auffüllen Die gibt es ja genug Lava Unten in der Höhle Und dann halt Immer wieder Also da irgendwo lagern Daneben Eine Kiste Kiste machen Mit Lava Zellen Und dann können wir das hier Immer wieder Geschmeidig nachfüllen Ne Jawohl Jetzt brennt das alles Schön zu Ende Oder ist aber noch Platz Da passen wahrscheinlich Vier Eimer rein Von 4000 Genau Vier Eimer passen da rein Haben wir dann jetzt schon hier Jawohl Die Sonne geht unter Zack 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 Lasst mich schlafen Ich gucke immer in meine Augen Von hinten So gruselig So jetzt müssen wir das eigentlich gleich mal probieren Oh hier fehlt noch Da fehlt noch Ein Fawcet Zack 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 Schön Ähm 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 Glas 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 Hier haben wir Vier Einen noch Einen bitte noch her Schneller 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 Abtrocknen Zack Zack Okay Jetzt können wir uns noch einen bauen Dann sind wir da hinten nämlich auch zu So So Sieht ja ziemlich leer aus Sind das jetzt denn noch ein Block Beziehungsweise ein Eimer Nein sind es nicht Also wenn ich die Kriege ich die dann jetzt hier Jetzt müsste ich die doch da Genau Jetzt habe ich da Molten Glas Das heißt wenn ich nächstes Mal Glas mache Könnte ich das wieder Könnte ich das wieder Zurückfüllen Da rein Und so lange kann ich das dann hier Zwischen lachen Dann ist nämlich die Die Smeltery leer Und hier könnte ich das genauso tun Schön Funktioniert So Dann das da unten verkleiden Und das verkleiden Moment wir sind ja oben noch gar nicht fertig Hoffentlich reichen uns die Fünf erst mal Schauen wir mal Schauen wir mal Schauen wir mal Ne Fünf werden nicht reichen Eins Zwei Drei Vier Fünf Sechs Sieben Acht Neun Zehn Brauchen wir noch Zehn Reichen uns nicht Wir haben noch drei Wir haben noch Ach nö Ja Müssen wir halt noch ein bisschen Growth besorgen Ne Gibt es in dem Tümpel da hinten Nicht auch ein bisschen Ein bisschen Clay Und ein bisschen Sand Und da hinten Was ist die Tageszeit? Kurz vor Mittag Okay Dann gehen wir mal da hinten schauen Ob wir da was finden Ich müsste schon mal wieder was mumpfen Mumpfi 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 So Gas 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 So Da sehe ich schon mal Sand Hier sehe ich schon mal Noch mehr Sand Wo ist denn meine Schoffel? Da So Dann holen wir uns den Sand schon mal raus Weil ich glaube beim ersten Mal sammeln hat mal Sand zu wenig Sonst ist das schon mal nicht mehr passiert So Hier Gravel haben wir sogar noch ein bisschen Aber wir nehmen trotzdem was mit Das Problem wird gleich sein Clay zu finden Zumindest genug Clay zu finden Hier haben wir einen Block Da kommen wir jetzt richtig weit mit Ich laufe mal hier am Rand Kann man besser laufen Da ist das Da hinten Clay Hier neben dem Neben dem Tintenfisch Hallo Oh hier ist noch ein bisschen Lava Die können wir hier auch noch weg holen Ähm Ja Das sieht aus wie Clay Zack 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 Müssen uns gleich mal auf die Suche machen Nach Moosstein Ich weiß nicht Ob müssen wir gleich gucken Ob man die irgendwie auch künstlich herstellen kann Huch Meine Luft Meine Luft Weil sonst könnten wir uns Moossteine herstellen Und dann bräuchten wir nicht sammeln laufen Versteht er Andesit Okay Was haben wir denn jetzt Wir haben 64 Cobblestone Wo ist denn hier Gravel Da haben wir Gravel Aber Gravel haben wir noch in der Kiste Und Sand Okay Wir ruppeln uns hier noch was aus Und jetzt Und Vielen Dank.